Seit über vier Jahren ist Leni Klum schon mit ihrem Freund Aris Rachewski zusammen. Nun haben die beiden einen großen Schritt gewagt. Nachwuchs für Leni Klum und Freund Aris. Nicht nur Heidi Klum, 50, hat Glück in der Liebe. Auch Tochter Leni, 19, scheint bereits den Mann fürs Leben gefunden haben. 2021 stellte sie Freund Aris Rachewski ganz offiziell der Welt vor. Damals schritt das junge Paar erstmals gemeinsam über einen roten Teppich und posierte verliebt für die Fotografen. Auch ein paar Jahre später schweben Leni und Aris noch immer auf Wolke 7 und scheinen nun bereit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Aris und haben einen Welpen adoptiert, verkündet Leni Klum überglücklich in ihrer Instagram-Story und veröffentlicht dazu niedliche Aufnahmen eines schlafenden kleinen Hundes. Wie süß! Sollten Leni oder Iris für ihren flauschigen Zuwachs mal keine Zeit haben, stellen Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz, 34, sich sicher gerne als Hundesitter zur Verfügung. Schließlich sind auch die beiden große Hundefans. Leni und Aris sind seit über vier Jahren ein Paar. Viele Details zu Leni Klums und Aris Rachewskis Beziehungen gibt es nicht. Bis auf gelegentlicher Schnappschüsse im Netz halten die beiden ihre Liebe größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Ob sie in einer gemeinsamen Wohnung leben, ist deshalb auch nicht ganz klar. Bekannt ist hingegen, dass die zwei schon seit über vier Jahren ein Paar sind. Das verriet Leni im vergangenen November, als sie Aris schlafend auf Instagram zeigte. Zu dem Foto schrieb das Model damals, Happy 4 years to my sleeping beauty! I love you! Zu Deutsch! Alles Gute zum vierten Jahrestag, mein Dornröschen! Ich liebe dich! Runde Klammer!